Der Stammzerstörer ist getroffen. Da liegt einer mit 8 Kills oben. Ich habe 7 Kills. Ich weiß, ich habe 9 Millinger. Ich glaube, ich habe sogar den jetzt gekriegt. Der ist zerstellt vorher. Eine Rakete versucht dich anzuprollen. Der hinter mir. Der hat die Energieformat. Laser leer. Auch das ist sehr ärgerlich. Und dann hast du ein Eck hinter dir kleben. Die ganze Zeit, den ich dann in dem Moment wegschieße. Die Energie weg ist. Ja, ich versuch das. Mit den ganzen Lichtern, dann verlierst du sie. Ich habe 3 Jäger vor mir. Und ich kann mich nur um einen kümmern. Was ist das? Was ist das? Das sieht komisch aus. Wie ein Käfer die ganze Zeit vor mir. Wollte es gerade schießen und wurde dann von einem Teilfighter abgeschossen. Jetzt habe ich das Ding natürlich verloren. Ich werde da ankommen. Der Sternzerstörer ist beschädigt. Bereite deinen Angriff vor und attackiert seine unbeschützten Behandlung. Kommen wir. Auf ihn nicht. Kohle. Ah happens. Es war jetzt klar. Er hat sie schnell zu. Ich kann sie nicht halten. Der Schild, was du aktiviere,kraft tut ein Finger in der Habe. Die Unterschwerung stoppt! Du wirst verfolgt! Ja jetzt hab ich's! Wenn wir den Finger angreifen müssen, dann nennen wir ihn nicht gerne. Das ist voll sowieso nix. Super! Oh! Schade. Na gut. 8 oder 9 waren es auch schon. 20.000. Ich krieg leider noch kein Level ab. Oder? Wir fehlen noch 290 Punkte. Ja, die gehst du in den nächsten Kampf. Naja, ich geh davon auch aus, dass ich den nächsten Kampf kriege. Dann bin ich schon Level 17. Ja. Aber die Lade-Sequenzen dauern immer etwas länger. Ah, jetzt. Cooles Level. Die Seite, die die meisten Gegner gewinnt. Äh, die meisten Gegner. Ich hab ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Der Wandel am Glaube. Super! Top-Motivation! Ich hab ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Schöne, dass man so motiviert hat. Oh, da hat sich hierbei weit, weit verlaufen. Hallo! 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 Was machst du da? Verräter! Huch! Stell dich jetzt so rum, beweg dich! Ja, Arbeiter! Ja, Arbeiter! Ha, ha, ha! Hier unten hängen sie! Hier unten laufst du da los! Wo bist du? Hinter mir! Was? Wo? Oh! Schön, dass du das... Kümmer dich doch um den! Nein, ich hab zu sagen, Kümmer hinter dir. Steht ein Pfeil! Ich war schon tot! Ja, wie, wie, wie! Hilft der auch eine Meldung? Ja... Doch! Sicher! Ups! Obala! Heiß geworden, wa? Die brennt! Die brennt die Hütte! Es ist noch nicht vorbei! Ich will diese Rebellen tot sehen! Endlich! Da hab ich mal einen geblöntet! So, man fällt hier! Ja! Und der Kollege echt aufgeregt! Ups da! Wer hab ich denn noch? Wer fehlen immer noch mal Punkte zum nächsten Level? Mann, ich will zum nächsten Level! Ja, da wird's ein bisschen zu nacken! Heute geht's auch schon noch nicht zur Sache, wenn ich mal so ehrlich bin! Ja, wir sehen alle schon was reinschmeißen! Ups! Du hast den Gegner an mir vorbei! Boah, die sind Thermaldetektoren! Ich will die Dinger haben, ey! Die kosten aber so viel Schweinequell jetzt! Die kostet 7.000 oder so! Was? Ja! Ich war bei 5.500! Ich hatte sie fast! Ich will sie haben! Ja, die Dinger sind haffartig! Ja! 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 Scheiße! Thermaldetektoren! Ich hab aber welche auf Hand! So gut! Also so schön investiert! Oder einfach! Ich sitze vom Charakter her! Äh, schon dabei! Aber ich hab sie zum Beispiel noch nicht! Ich hab sie ein bisschen in den Mist ist oder Frösche! Wenn ich klicke! Alter! Die hat sie doch jemals von mir abgekriegt! Noblecular! unterscheid wir uns! Das sind die デis! Darf in sich nicht lösen! Warum treffe ich denn dich? Ups! Was war das denn? Eine Umgebungsbombe. Ups, macht doch die scheiß Tür auf, wenn ich eine Kanade durchwerfen will. Mach doch das Ding mal kaputt da oben. Alter, der Typ steht, guck mal hier, wie die Scheos mitten ins Gesicht passiert müssen. Er steht noch weiter. Alter, der Typ steht, guck mal hier, wie die Scheos mitten ins Gesicht passiert müssen. Nein! Nein! Schuhe, komm, Marvin! Ja, mach die Tür zu. Guck mal, da kommt der nächste. Ei, haltet mal noch Schund da hinten! Boah! Der Tamalexplode ist geiler. Ja, der war fast. Ups, das waren ja unsere. Ich hab allgemein abgeschossen. Ich geh doch wärme. Nicht abgeschossen, sondern... Ich hab die Bombe dagegen geworfen. Ich weiß auch, was ist nix. Tür auf. Upsa. Jetzt gibt's aber auch nix mehr. Das ist kaputt so gemetzt, dass wir was noch haben. Wieder etwas gekriegt. Sperrfeuer. Boah, die haben scheiß Spezialfähigkeiten die ganze Zeit, ey. Hey, das waren beide, beide. Wer auch. Hinten uns. Ah, Sackzimmern. Scheiße, das ist kaputt nicht. Zwei kaputt, jetzt hätten wir doch gehörter Sacklobe. Schade, wir haben gewonnen. Ja, es ist... War nur vier? Ja, natürlich hat er nur ein paar mehr gewesen. Ich hatte eben drei Stücke, wenn du noch gekriegst. Ah, sei's drum. Statistikglück nicht. Arschlecken. Ist dann so. Ja. 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 Sieben Kills. Ein zerstörtes Fahrzeug. Wieso habe ich jetzt ein Fahrzeug zerstört? Ach so, wir hatten ja davor, hatten wir ja Dinge ins Schlachtfeld. Stimme. Ne, war schon eine neue Runde. Ich weiß gar nicht warum. Hast du einen Troiden oder so zerstört? Mhm. Ich habe auch zerstörte Fahrzeuge eins, das ist es ja. Hm. Sternkarten verwendet fünf. Quatsch ich. Ich habe einige links geschossen. Irgendwann wird man mal unsere Handwaffen klein mal ändern. Ja. Ja. Ich muss leider noch ein bisschen Bahnen für mal was vernünftiges. Aber ich habe noch einen Lärmslot. Den kann ich nicht aktivieren, weil er nicht verfügbar ist. Was? Was nehmen wir denn? A-Wing oder Y-Wing? Ach, wir fliegen? Sieht's aus. Ah, ne, warte. Ach, komm ich mal auf Y-Wing? Wie sagt der mal die ganze Zeit? Also ich meine... Ja, vor allem steht's dran, ja. Und dann kommt der Y-Wing. Ist der X-Wing. Was gibt's denn Y-Wing? Ich auch wirklich noch. Der ist wirklich ein Y-Wing auch. Ja, aber der sieht anders aus. Ne, das ist der X-Wing natürlich. Los geht's. Ja. Ich hab grad mal ab. Die Punkte wieder. Bring dich doch nicht selber um. Lass dich doch umbringen, Kollege. Du musst ja nicht voll schreckt von mir in den nächsten Stelliten fliegen. Huch! Das ist ja feinlich. Ich glaub ich hab ne Frau am Steuer. Äh! Solle beste Zeit. Keine Ahnung. Naja, nichts gegen die Frauen. Um Gottes Willen. War nur Spaß. Nur Speske zwischendurch. Also liebe Damen, wie ihr mitgekriegt habt, Kevin ist Frauenhasser. Lüge. Niemals. Ich mag die Frauen. Ich liebe Frauen, ja. Na komm her, Kollege. Komm her. Lass dich töten. Genau. Ja. Ui. Bam! Wie auch immer. Guck, jetzt stehts dran. Y-Wing ist im Anflug. Das heißt, es gibt Y-Wings. Ja. Aber wir fliegen X-Wings. Oder A-Wing. Ich hab hier die ganze Zeit so komischen Käfer vor mir. Schieß doch mal drauf. Ja. Ich bin ja. Ich bin ja. 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 Hops. Ich hab da eben. Du hattest eigentlich in diese Kugel doch halt. Die da jetzt mit so anfällig ist. Alter. Halt doch mal den Flieger still. Schlimm, ne? Allerdings. Du möchtest ein neues Opfer. Was? Wird? Wieso hab ich ja nicht. Wieso? Der war vor allem über dem Raumschild. Anders. So, was ist mit dir passiert? Es war mehr oder weniger Absicht. Ich hab gesagt, diese Kugel. Die war eh schon auf... Wurde eh schwer angeschossen. Und äh... Dachte ich mir dann, indem ich die aber dem Verteidigungssystem noch ein bisschen an den Punkten weg. Und die da noch rauf ins komischen Kugeln. Wird er denn beschossen? Ui. Der Asteroid, den hab ich nicht gesehen. Ne, die hat mir voll die Vorfahrt genommen. Ja. Der ist dir voll reingeblogen, ey. Die Asteroiden versichert zumindest. Alle Geschwader. Hier kümmert euch um diese Teiljäger. Ja, gegen Steinschlag. Hier und hier, bin gleich da. Ich hab erst gestern eine abgeschlossen wegen der Milchstraße. Ja. Der Milchstraße. Was? Ich erinnere mich, war die eine von GTA. Das war immer noch die mir feste Folge dieser Hand. Aber ich hab sie nicht hochgeladen. Das weiß. Das weiß doch. Das war eine der Ersten. Ja, der Jäger. Recheln wir. Ah. Ah, die Null. Subsystem zerstören. Ziel ist auf einen anderen von der Schüsse überhalten. Ja. Generator zerstören. Jawoll, ja. Ja. Einen noch von zwei und der andere haben wir unten auch schon zerstört. Das heißt, das ist eine Ding noch und dann müssen wir die Brücke vernichten. Und der zweite. Okay, jetzt müssen wir die Brücke vernichten. Ich hab beide weg geschossen. Dann haben wir das Ding noch. Ja, erstmal die Brücke noch eben. Du hast jemanden am Heck. Das große Ding, wo die drauf standen, ne? Ja. Ne, das neben den zwei Türmen. Links und rechts. Ach, das Kleine. Die Kleine ist die Brücke. Das hier. Ja, aber erst wenn's dran steht. Pass auf.